Hallo, mein Name ist Jean-Paul Krawal und ich bin Politiker. Zusammen mit meinen Freunden habe ich eine politische Partei gegründet. Wir nennen uns patriotisch interessierte saarländische sächsische Erdenländer, kurz PISSE. Und unser politischer Weg ist einer von rechts nach links und von unten nach oben. So, unser Leitspruch lautet rechts vor links und links vor rechts, erst kommt PISSE, dann der Rest. Und ich möchte nun wie jeder gute Patriot mit Ihnen zusammen die Nationalhymne singen. Dazu werden wir die Nationalhymne-Flagge wissen. Und ich habe ein spezielles Gerät dazu entwickelt. Es ist eine moderne Spieldose mit dem Foto unseres Bundesoberstuhlmannes darauf. Beim Öffnen spielt sie die Nationalhymne. Sie können sie für einen siebenstelligen Betrag kaufen. Ich bitte nun, Haltung zu nehmen. Ich bitte nun, Haltung zu nehmen. Ich bitte nun, ich möchte ihn nicht mehr. Ich bitte nun, Haltung zu nehmen. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.